Er hat schon wieder 1,3 Millionen. Wie kann man das einschätzen? Wie viel Geld ist das? Das ist sehr viel Geld. Das sind 300 Schulen, die wir unterstützen können. Bis zu 20'000 Kinder, die davon profitieren können. Das sind grosse Zahlen und dementsprechend ist natürlich 1,3 ein super Resultat. Wir freuen uns riesig von der Foundation her. Jemand, der auch hier war, ist die Linz Yvonne. Sie schwärmt immer regelrecht von dir. Was gefällt dir eigentlich? Wir haben uns in diesem Jahr gesehen, als wir auf dem Jungfrau Joch zusammen Tennis spielen konnten. Es war wirklich ein total relaxter und entspannter. Ich bin natürlich grosser Skifan. Leider Gottes habe ich früher immer Ski geschaut. Mit Pirmin Surbrücken und Vreni Schneider. Mit den vielen Reisen ist es sehr schwierig, Ski zu schauen. Darum kann ich viel zu selten sehen. Wenn du mir fragst, wie sie Ski fährt. Ich weiss nur, dass sie wahrscheinlich sehr, sehr gut ist. Und eine sehr gute Allrounderin ist. Wie man das ja von ihr erwarten kann. Mit diesem Erfolg. Aber es freut mich, dass sie auch gekommen ist. Und so Freude hat am Tennis immer. Und mich immer so unterstützt. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Sie ist ja selber eine unglaubliche Sportlerin.